Heute ist endlich Wind und wir gehen jetzt raus. Los geht's! Wir gehen jetzt mit dem Wind und wir gehen jetzt mit dem Wind. Ich bin gerade vom Wasser gekommen. Heute war den ganzen Tag Wind. Danke an Kiki und danke an Ibi, dass ihr uns so schön beherbergt habt. Mehr Korallen als gedacht sind noch intakt hier und das Wasser ist, wenn man rausfährt hinter das Riff, hat super viele verschiedene Farben. Es war 7 Tage kein Wind. Ich glaube, wir haben im Januar genau die eine Woche rausgesucht, wo wir keinen Wind haben. Dafür hatten wir am Anfang und am Ende Wind und haben einfach die Sonne genossen. Es war irre heiß und darüber haben wir uns sehr, sehr doll gefreut.